Hallo, mein Name ist Patrick Siemens. Ich bin Gründer und Inhaber der Firma PS BW GmbH in Speichingen. Wir bieten Lösungen für den klassischen Gartenlandschaftsbau und haben zusätzlich noch eine Baumaschinenvermietung für den gewerblichen Kunden wie auch für den Privatkunden. Als weitere Standbeine haben wir auch noch einen kleinen Ausgleich für unsere harten Arbeiten. Das heißt, wir bieten Wellnessprodukte für den Garten an. Für den fertigen Garten haben wir Gartensaunen und Hottops. So, und wer unseren Spot kennt, der weiß, wer anderen eine Grube gräbt, der hat Baumaschinen von PS BW GmbH. Ruf an und hol dir deine Maschine.